Willkommen zurück bei ManCave Printing, mein Name ist Franz und das letzte Mal haben wir uns angeguckt, was in dieser kleinen Schachtel drin ist, nämlich eine Raspberry Pi Alternative, denn der Markt war sehr umkämpft in den letzten zwei Jahren. Heute installieren wir auf dem Ding Clipper und gucken mal, wie sich das im Vergleich zum Raspberry Pi macht. Ich weiß, ihr steht auf Clipper, denn das kriegt immer sehr viele Klicks auf meinem Kanal, also starten wir direkt ins Thema. Der BigTreeTagPie hat eine eigene angepasste Firmware, die finden wir auf GitHub, das können wir uns dann gleich angucken. Wir gehen einfach mal 1 zu 1 nach der Anleitung durch, gucken, ob und wie gut wir das Ganze installiert kriegen. Im Nachhinein vergleichen wir mal die Leistungen der beiden Minicomputer beim Drucken. Wir drucken einfach mal auf jedem ein Benji, gucken dann mal, wie stark der CPU von beiden ausgelastet wird und vergleichen das im Nachhinein. Gucken uns auch nochmal die beiden Benjis an, ob es irgendwelche Unterschiede bei den Drucken gibt. Und abschließend bekommt ihr mein finales Fazit, euer finales Fazit hätte ich dann gerne unten in den Kommentaren. Und ich wünsche euch da jetzt viel Spaß und wir gehen direkt an den Computer und beginnen mit der Installation. Wir befinden uns direkt in der Anleitung vom BigTreeTagPie 1.2. Wir blättern ein paar Seiten nach unten, übergehen das Anfangsgedudel hier und sehen direkt hier OS-Writing, das ist der Punkt, wo wir hinwollen. Wir müssen uns das Image runterladen. Das geht hier über die GitHub-Seite, ganz einfach auf den Link drücken. Dann kommt ihr auf die entsprechende Seite, scrollt ein bisschen nach unten, könnt euch natürlich durchlesen, was sich geändert hat. Ist für uns uninteressant. Hier gibt es dann, wie ihr seht, vier verschiedene Dateien. Ich denke, die mit ein paar Bytes sind schon mal nicht die richtigen. Und dann gibt es noch das Debian 11 und das Debian Minimal. Wir nehmen einfach das, wo Clipper da steht. Das hört sich auf jeden Fall richtig an. Wenn ihr den Unterschied aus dem FF kennt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Aber wir gehen zurück in die Anleitung. Wir sehen, wir brauchen noch den Raspberry Pi Imager. Den habe ich noch vom letzten Mal drauf, als ich Clipper normal auf einem Pi installiert habe. Die Links zur Anleitung sind wie gewohnt unten in der Videobeschreibung. Und alle Links, die dann hier drin sind, könnt ihr anklicken und das sollte bei euch klappen. Wir brauchen noch eine SD-Karte. Ich habe eine 64 GB, die nehme ich immer für die Pis oder jetzt den BigTreeTag. Das reicht locker aus. Wenn ihr da nicht allzu viel drauf speichern wollt, also zu viele G-Codes, dann reichen euch da auch ganz bestimmt 8 oder 16 GB aus. Wir gehen in den Raspberry Pi Imager. Hier können wir auswählen. SD-Karte, das ist die, die ich will. Wir könnten das jetzt hier durchsuchen, aber wir haben ja gerade was runtergeladen. Also nehmen wir ein eigenes Image. Und dann haben wir hier unsere runtergeladene Datei von gerade eben. Machen wir einen Doppelklick drauf. Hat es akzeptiert. Jetzt wichtiger Schritt, nicht einfach weiter skippen, das angucken. Wir können einen Hostname vergeben. Wir nennen das hier einfach mal BTT für BigTreeTag. So können wir das dann finden. Alternativ können wir natürlich auch über unseren Router die IP raussuchen. SSH möchten wir aktivieren. Das brauchen wir dann auf jeden Fall noch. Probieren wir es mal mit dem Standard, Pi und Raspberry. Jetzt nehmen wir da noch das Wi-Fi mit rein, dass das einmal gleich einrichtet. Das ist meine Fritzbox. Achtet drauf, dass das wirklich alles richtig geschrieben ist. Gebt das Passwort ein. Die Ländereinstellung ist eigentlich egal. Drückt dann hier einmal auf Speichern und dann erst auf Schreiben. So, jetzt kam zwar eine Fehlermeldung, aber die Fehlermeldung heißt, es hat funktioniert. Und wir dürfen das jetzt auf keinen Fall formatieren, sonst machen wir das Ganze nochmal. Also, das Ganze hier abbrechen. Wir können auf Weiter drücken. Das Ganze können wir wegdrücken und wir schauen, wie es in der Anleitung weitergeht. Ihr seht, das sieht so aus wie hier oben. Wir müssen in die SystemConfig. Das ist die hier. Ihr seht, bei mir öffnet es das standardmäßig schon mit Notepad++. Das ist für euch auch ganz wichtig, dass ihr das mit Notepad++ macht. Steht auch hier an der Anleitung. Weil das andere alles keine richtigen Editoren sind. Gucken wir mal in die Datei rein. Und wir sehen, hier müssen wir anscheinend nochmal unser WLAN einrichten. Das übernimmt es anscheinend beim BigQuery TechPine nicht. Bei Clipper geht das eigentlich so. Da steht schon was drin. Aber schauen wir nochmal in die Anleitung. Wir müssen einfach nochmal unsere SSID und unser Passwort eingeben. Und dann ist das WLAN auch schon einsatzbereit. Also mache ich das schnell, speichere das Ganze und dann machen wir weiter mit dem nächsten Schritt. Wir müssen unser Motherboard noch konfigurieren. Und wir müssen mit einer SSH-Verbindung auf den BigQuery TechPine zugreifen. Die Leute von BigQuery Tech empfehlen hier MOBAX-Term. Sagt mir in dem Fall nichts. Ich nehme immer Putty. Das ist kostenlos, funktioniert gut. Macht das gleich. Wir können da drauf zugreifen. Im ersten Schritt können wir jetzt die SD-Karte aus unserem PC entfernen. Stecken diese anschließend in den BigQuery TechPine. Dann brauchen wir noch ein USB-C-Kabel und fließen das Ganze an die Spannungsversorgung an. Wenn das mit den Netzwerkeinstellungen jetzt richtig geklappt hat, sollte, wie hier in der Anleitung steht, nach ein bis zwei Minuten das Gerät im Netzwerk zu finden sein. Gemäß dem Motto Reboot macht alles gut. Noch mal ein- und ausstecken. Hat es dann doch geklappt. Ihr seht jetzt hier die normale Main-Sale-Clipper-Oberfläche, die ich bereits gewohnt bin aus anderen Installationsvideos. Deswegen schreckt mich dieser Fehlerkort hier auch nicht ab. Wir sollen ja mit einer SSH-Verbindung auf den BigQuery TechPine zugreifen. Dazu brauchen wir die IP-Adresse, die uns hier geliefert wird. Dann müssen wir noch unser Putty öffnen. Können dann hier die IP-Adresse eingeben. Das Ganze öffnen. Und jetzt bei Login. Vorhin habe ich was eingegeben. Wir können probieren, ob das geht. Das funktioniert nicht. Habe ich vermutet. Hier steht aber ein anderer Login, den wir nutzen können. Ihr seht BQ und BQ. Auch wieder so eine sehr sichere Sache, die wir nutzen können. Und wir sind drauf. Wir sehen sogar hier schon ein paar Systemdaten. Jetzt sehen wir, was wir tun sollen. Wir kopieren einfach diesen Befehl. Fügen den hier im Putty ein. Wenn ihr da was kopiert habt, einfach einen Rechtsklick machen. Dann fügt ihr das ein. Das hat nicht so gut funktioniert. Wir geben es mal von Hand ein. Mit dem Befehl sind wir jetzt einfach in den Flipper-Ordner gegangen. Make Menu Config. Dann kommen wir in diese Übersicht. Und jetzt müssen wir noch rausfinden, was wir für einen Chip auf dem Board haben für einen Prozessor. Und ob wir einen Bootloader haben wollen. Die Empfehlung ist, ja wir wollen einen Bootloader. Auf dem Board in meinem Drucker ist ein STM32-F407-Chip verbaut. Ihr könnt das rausfinden, indem ihr eigentlich nach eurem Board googelt. Da im Zweifel mal an das Pinout guckt oder schon nach irgendeiner GitHub-Datei sucht, wo das mal gemacht ist. Da steht das meistens drin. Den wählen wir aus. Ihr seht, wir haben einen 32-Kilobyte, wie auch immer. Bootloader vorausgewählt. Den behalten wir an der Stelle auch. Die Schnittstelle zum USB lassen wir auch so. Dann, wenn wir uns sicher sind, dass das geklappt hat oder es halt probieren müssen und gucken, ob es dann geht. Drücken wir Q. Das ist nämlich zurück. Dann drücken wir einmal Y. Das ist uns das speichert. Und dann schreiben wir noch ganz einfach Make. Drücken einmal die Enter-Taste. Haben uns verschrieben. Machen das nochmal. Dann rattert das Ganze los. Schreibt uns eine Config-Datei, die wir am nächsten Schritt mit dem Programm WinSCP rüberziehen müssen. Hierfür benötigt ihr wieder eine SD-Karte. Da dürft ihr allerdings keinen zu große nehmen, weil immer die Frage ist, was das Maximum ist, was euer Mainboard erkennen kann. Ich nehme immer eine 128 MB-Karte. Die war damals zu einem der Drucker dazu. Funktioniert seit jeher. Ist auch nicht zu groß. Wir sehen, das Programm ist jetzt fertig. Wir müssen dabei wieder unseren Server verbinden. Also die IP-Adresse, die wir auch gerade für das PuTTY genutzt haben. Hier wieder drauf achten. Port Nummer 22. Mit der 80 hat es nämlich nicht funktioniert. Benutzer und Passwort ist immer noch gleich geblieben. Wir drücken auf Anmelden. Wir sehen hier rechts, was auf unserer BigTreeTag Pi drauf ist. Und Laufwerk F ist die 128 MB SD-Karte, von der ich schon erzählt habe. Und wir müssen hier unsere Config-Datei suchen und finden. Dazu gehen wir in den Clipper-Ordner. Suchen wir den Ordner Out. Wir benötigen die Clipper.bin-Datei. Drücken auf Herunterladen. Wo soll das hin? Auf unsere SD-Karte. Drücken auf OK. Da haben wir es rüber geholt. Wenn wir später noch was brauchen, können wir auf den gleichen Weg wieder hier drauf zugreifen. Die SD-Karte nehmen wir jetzt. Das Mainboard installiert dann automatisch die jetzt erzeugte Firmware. Und wir können mit dem Einrichten von Mainsail beginnen, damit diese Fehler hier alle behoben werden. Solltet ihr schon eine Instanz von Mainsail drauf haben und jetzt nur zu einem BigTreeTag Pi upgraden oder ist was kaputt gegangen, dann empfehle ich euch vorher bei Machine eure ganzen Config-Dateien einmal zu speichern, weil die können wir im Nachhinein wieder verwenden. Ihr seht, im ersten Schritt können wir hier schon mal alle Komponenten updaten. Das dauert einen kleinen Moment. Da können wir auch schon mal ein bisschen die CPU-Auslastung dabei beobachten. Und dann später werden wir die natürlich vergleichen. Lasst das in Ruhe updaten. Bezieht die SD-Karte schon mal aus eurem PC. Schiebt sie in den Drucker, startet den Drucker und dann sehen wir uns hier gleich wieder, sobald ich das auch gemacht habe. Also, jetzt sieht es wieder aus wie vorhin, aber ich habe in der Zwischenzeit einmal die Firmware im Mainboard geflasht. Das solltet ihr an der Stelle dann auch erledigt haben. Denkt dran, die SD-Karte dann wieder rauszunehmen. Ich habe vorhin noch meine Dateien mit dem alten Stand runtergeladen. Könnte diese also wieder hochladen und dann sollte das gehen. Aber ich zeige euch mal, wie ihr vorgeht, wenn ihr gar nichts habt. Ihr seht, der erste Fehler ist, dass uns irgendeine Datei fehlt, die inkludiert ist, also beinhaltet sein soll. Und das bezieht sich auf die printer.cfg, also die printer.config. Wenn wir reingehen, sehen wir, es soll irgendeine Generic BigTreeTag.config inkludieren, beinhalten. Das können wir mit einer Raute erstmal auskommentieren, weil wir die ja nicht haben. Und dann Save und Restart. Jetzt kommt der Fehler, der mir bekannt ist. Die Serial Connection, also die Verbindung zwischen unserem BigTreeTag.py und dem Mainboard müssen wir jetzt spezifizieren. Bevor wir aber das machen, sollten wir uns erstmal die richtige printer.config holen. Dazu können wir hier oben das Ganze mal aufklappen auf Config Examples. Und dann sehen wir hier schon, es geht los mit ganz vielen verschiedenen Druckern. Und es gibt 214 verschiedene Configs, die wir hier auswählen können. Ich habe ja ein SKR 2 da drin. Deswegen kann ich hier einfach gucken. Nehme Generic BigTreeTag SKR 2. Und wenn wir da reingucken, sieht das schon deutlich gefüllter aus, als das, was wir haben. Wenn wir das Ganze offen haben, drücken wir einfach STRG A, STRG C, machen das zu. Gehen wieder in den Config Pfad auf die Printer CFG und fügen einfach hier drunter das Ganze ein. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass die Sachen, die am Anfang hier stehen, werden inkludiert. Also wenn ihr andere Configs schreibt, beispielsweise für irgendeinen Runout Script, irgendwelche Makros. Müsst ihr das hier mit hineinfügen am Anfang, dass die mit rangezogen werden. Das Vorgehen ist natürlich bei euch analog für euren Drucker. Sollte der da nicht drin sein, könnt ihr auch so googeln. Auf GitHub finden sich da auch viele Configs, die ihr heranziehen könnt. Guckt das aber alles durch, probiert das alles durch. Das ist an der Stelle wichtig. Jetzt drücken wir hier nochmal Save und Restart. Damit haben wir jetzt erstmal einen guten Ausgangspunkt, um unsere Konfiguration zu starten. Und ihr seht, es versucht sich schon mit dem Drucker zu verbinden. Das sollte aber noch nicht klappen. Denn ihr seht, unter diesem Punkt in Zeile 107 MCU Serial, das ist einfach die physische Verbindung des Kabels zwischen dem BigTreeTecPie und unserem Mainboard. Also da müssen wir auch eine Verbindung herstellen. Das habe ich jetzt mal vorausgesetzt an der Stelle. Also einfach die USB-Anschlüsse verbinden. Jetzt müssen wir hier herausfinden, wie das Ganze bei uns heißt. Dazu brauchen wir wieder das Putty. Im Putty geben wir dann wieder unsere IP-Adresse ein, verbinden das Ganze, geben dann wieder Benutzernamen-BQ und Passwort-BQ ein. Wir sehen schon hier einen Großteil des Befehls, den wir brauchen. Wir geben ein ls und dann exakt was da steht, backslash dev, backslash serial, backslash by, binde Strich ID. Und kriegen jetzt hier die Adresse unseres Druckers mit Strgung C das Ganze hier kopieren. Wenn ihr es probieren wollt, rechtsklick, wenn es das einfügt, habt ihr es richtig kopiert. Und ihr seht jetzt an der Stelle, wir nehmen alles nach dem letzten Schrägstrich, drücken Strgung V und das Ganze ist schon mal richtig eingefügt an der Stelle. Jetzt nochmal Save und Restart und wir sehen, das Ganze hat sich schon verbunden. Ihr seht, der Host ist unser BigTreeTecPie und die MCU ist das Mainboard auf dem Drucker. Also haben wir das schon mal erfolgreich verbunden. Ich ziehe jetzt meine ganzen Daten mal hoch, die ich vor und runter geladen habe von der alten Config. Und dann können wir uns die mal im Detail angucken, was ihr noch so braucht. Ich habe jetzt alle Daten hochgeladen. Ihr seht, es sind jetzt 13 auf einmal. Und ein ganz wichtiger Tipp, was mir wirklich in der letzten Zeit öfter aufgefallen ist. Manchmal kracht es euch die Config einfach leer. Das heißt, ihr updatet irgendwas und danach steht nichts mehr an der Config. Aber das Gute bei Mainsail und Clipper ist, es speichert, wenn ihr was verändert, manchmal Stände ab. Ihr seht hier 2023, 10, 29, also 29.10. hat es den letzten Stand hier abgespeichert. Ich empfehle euch, die wirklich nicht zu löschen. Vielleicht auch ab und zu mal runter zu ziehen, dass ihr eure Config noch habt und die nicht von vorne schreiben müsst. Die, die ich gerade euch gezeigt habe, wie ihr drankommt, lösche ich einfach mal. Und dann machen wir hier einen Rechtsklick drauf, Rename und machen alles weg, was nicht Printer.config ergibt. Weichern das ab, müssen jetzt den Drucker noch einmal restarten, dass er sich die neue Config zieht. Was habe ich jetzt noch für Sachen hinzugefügt? Naja, wie wir hier unschwer erkennen in der Printer.config, habe ich ein paar hier mit hinzugefügt, die ich brauche. Einmal die Mainsail.config, die war ja das letzte Mal schon drin. Dann habe ich mir eine Display.config geschrieben. Die ist davon abhängig, was für ein Display ihr benutzt. Ob das ein Touchscreen ist oder nur eine ganz normale Anzeige. An der Stelle braucht man dann unterschiedliche Configs. Dazu habe ich ein extra Video gemacht. Makros habe ich noch ein Konfig, da gibt es auch ein extra Video. Und für den Runout gibt es auch ein extra Video, wenn mich nicht gerade alles täuscht. Also ich verlinke euch hier oben mal die Playlist. Guckt da gerne durch. Sollte was unklar sein, unten in die Kommentare schreiben und ich probiere es euch zu beantworten. Die ganzen Konfigts sehen dann irgendwie relativ kurz aus, werden in die lange gesteckt. Man könnte das auch alles in eine Schreiben, aber ich finde, da wird es unübersichtlicher und da sucht man länger. Wenn wir wieder auf die Startseite gehen, auf das Dashboard sehen wir, wir haben unseren Extruder und den Heater. Das können wir jetzt einfach mal testen, indem wir hier 30 Grad eingeben. Es heizt und im besten Fall steigt die Temperatur auch. Ihr seht, Heizen funktioniert schon mal. Sollte das nicht klappen, in der Printer-Config nochmal die Anschlüsse überprüfen. Und dann gucken, ob das, was da hinterlegt ist, auch mit dem übereinstimmt, wo die Pins angeschlossen sind. Und ob ihr das auch so angeschlossen habt. Das gleiche für das Bett probieren. Da geben wir auch 30 ein. Ihr seht, hier heizt es auch auf 100% hoch. Wir warten kurz. Die Temperatur steigt auch hier. Ich drücke wieder auf Cooldown, dass das aus ist. Und ihr könnt euch da bei eurem Drucker mal durcharbeiten. Gucken, ob alle Funktionen gegeben sind. Gucken, ob alle Achsen und Endschalter funktionieren. Ob sich die Achsen auch in die richtige Richtung bewegen. Und dann solltet ihr noch einmal euren Extruder einstellen, dass der die richtige Schrittweite hat. Das ist nämlich manchmal ein Problem. Und eure Offsets einstellen. Falls ihr schon eine Kamera angesteckt habt. Ich habe in dem Fall eine USB-Kamera angesteckt. Dann könnt ihr einfach über die Einstellung hier oben gehen. Auf Webcam und auf Add Webcam. Und im besten Fall findet es die sofort. Ihr könnt der ganzen einen Namen geben. Ich nenne das einfach mal Webcam. Dann habt ihr ein Bild im Dashboard. Und auch auf Webcam nochmal in groß. Und könnt schon mal beobachten, was das Ganze macht. An der Stelle haben wir den Drucker jetzt einsatzbereit. Und ich drucke jetzt das zweite Benji. Und danach können wir vergleichen, wie ausgelastet der Big Tree Tech Pie und der Raspberry im Vergleich sind. Und wie die Druckergebnisse von den Benjis sind. Kommen wir jetzt mal zum ersten direkten Vergleich zwischen Raspberry Pie und Big Tree Tech Pie. Ich habe die Tests so angeordnet, dass wir von der geringsten Auslastung zur größten Auslastung die Vergleiche mal ziehen. Wenig überraschend beginnen wir einfach mal im Leerlauf. Habe ich hier einfach mal ein Standbild reingemacht. Das schwankt immer ein bisschen zwischen 0 und 5% Auslastung bei beiden. Wir sehen immer auf der linken Seite den Raspberry Pie und auf der rechten den Big Tree Tech Pie. Und auch von den Temperaturen sind sie ähnlich. Der Raspberry Pie bei 36 Grad und der Big Tree Tech Pie bei 41 Grad. Danach überraschenderweise schon der Druckvorgang an sich. Der braucht etwas CPU, aber es gibt am Ende noch einen Vorgang, der mehr CPU und RAM erfordert. Was ich so vorher auch nicht gedacht hatte. Aber schauen wir uns mal den Druckvorgang an sich an. Wir haben zweimal das gleiche Benji mit dem gleichen G-Code gedruckt. Beim CPU gibt es jetzt nicht so große Unterschiede. Da bewegen wir uns im Maximum beim Raspberry Pi bei 11% und beim Big Tree Tech Pie bei 10%. Aber ein großer Unterschied ist bei dem RAM, beim Memory. Da haben wir beim Raspberry Pi nur 13% Auslastung im Maximum und beim Big Tree Tech Pie satte 33%. Also zweieinhalb mal so viel Auslastung haben wir beim Big Tree Tech Pie im Vergleich zum Raspberry Pi 3B. Wobei man bei den Prozenten auch vorsichtig sein muss, denn wir haben beim Raspberry Pi 1,6 GB verfügbaren Memory und beim Big Tree Tech Pie lediglich knapp unter einem Gigabyte. Also müssen wir das mal umrechnen. Und wenn wir das ausrechnen, kommen wir auf eine vergleichbare Auslastung des Big Tree Tech Pies von 20%. Also da nähern sie sich schon wieder ein bisschen an. Aber selbst wenn das 33 gewesen wäre und das vergleichbar gewesen wäre, wir fordern das Ding nicht wirklich. Wir sind da wirklich noch weit entfernt von den maximalen Ressourcen, die uns die beiden Mini-Einplatinen-Computer bieten. Beide erfüllen während des Drucks wirklich alles ohne Probleme und da muss man sich bei beiden keine Sorgen machen, dass man dann irgendwelche Hardware-Grenzen läuft. Wenn man den Druck laufen lässt, ist ja noch so eine Frage, braucht man einen aktiven Lüfter für den Big Tree Tech Pie oder den Raspberry Pi. Wir sehen aber hier die Temperatur im Vergleich zum Eidling, also zum Leerlauf, hat sich kaum erhöht. Der Raspberry Pi bei 44 Grad mit den Kühlkörpern drauf und der Big Tree Tech Pie bei 42 mit dem Kühlkörpern. Ihr habt das im letzten Video, denke ich, gesehen. Das Ding hat schon einen mächtigen Kühlkörper über alles drüber und der erfüllt seine Aufgabe wirklich 1A. Und abschließend der Prozess, der wirklich am meisten CPU-Leistung zieht, das ist das Updaten von Systemkomponenten. Hierbei haben wir eine CPU-Auslastung bei dem Raspberry Pi von maximal 42%. Im Vergleich zum Drucken ist das ja wirklich viermal so viel CPU-Auslastung für ein Update. Beim Raspberry Pi sind wir bei fast achtmal so viel CPU-Auslastung. Also, ja, ist schon sportlich an der Stelle, aber das ist wirklich auch immer nur ein ganz kurzer Peak, wie ihr hoffentlich hier im Video mitsehen könnt. Deswegen auch kein Problem an der Stelle. Auch hier erfüllen beide Einplatinencomputer diese Aufgabe, ohne in irgendwelche Hardware-Ressourcen-Grenzen zu laufen. Nun abschließend natürlich noch das Fazit, was ich euch ganz am Anfang mal versprochen habe. Dabei möchte ich auf ein paar Punkte eingehen. Einerseits die Anleitung, dann die Druckqualität, sage ich mal. Auch wenn das Ergebnis bei beiden, naja, auch miese Druckqualität lässt sich gut vergleichen. Und dann abschließend nochmal zur Auslastung, zur Eignung des Ganzen für diese Anwendung. Zuerst muss ich aber wirklich noch einen kleinen Fehler zugeben. Ich habe gesagt, wir vergleichen einen Raspberry Pi 3B mit dem Big Tree Tech Pi. Ja, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe den Raspberry Pi 4 genommen. Aber eigentlich ist der 4er ja besser und deswegen schneidet das Ganze doch ein bisschen besser ab, finde ich, als anfänglich gedacht. Aber dazu später, in dem Vergleich nochmal, fangen wir an mit der Anleitung. Ja, die ist ein bisschen dürftig. Also muss man wirklich zugeben, die ist auch wirklich zu Ende, sobald wir diese Software auf dem Big Tree Tech Pi installiert haben. Da ist nicht drauf, wie wir irgendwie diese Firmware, die wir geschrieben haben, dann auf den Drucker kriegen, auf das Mainboard. Und wie das dann mit Mainsail und Clipper weitergeht, steht da auch nicht drin. Aber, das ist bei mir ja kein Grund zu verzweifeln. Ich habe euch die ganze Anleitung in der vollen Länge gegeben. Also, am Anfang haben wir mit der PDF-Anleitung von Big Tree Tech angefangen und im Nachhinein haben wir dann natürlich noch meine Zusätze gehabt, sodass ihr das eigentlich komplett installieren könnt. Aber wenn man da auf sich alleine gestellt ist, naja, ein bisschen schwierig. An der Stelle werde ich auch nochmal Feedback an Big Tree Tech geben, dass sie das vielleicht noch ergänzen. Einfach für Leute, die das wirklich kaufen und nach der Anleitung vorgehen wollen und vielleicht die Videos online auf YouTube noch nicht entdeckt haben oder nicht die richtigen dabei sind. Nun zu den Banshees. Also, es hat sie gedruckt und damit sind wir auch am Ende der positiven Sachen. Die sehen beide nicht gut aus. Da habe ich wohl immer noch die gleichen Probleme mit dem Extruder, die mir schon seit ein paar Wochen Sorgen bereiten. Aber Upgrade ist auf dem Weg. Das wird komplett umgebaut. Und wir bewerten mal das, was wir sehen. Zuerst das vom Raspberry Pi. Wir sehen, es hat alles gedruckt. Es hat Unterextrusion, Überextrusion, es hat viel Stringing. Wenn wir uns das vom Big Tree Tech Pi angucken, es hat es auch gedruckt. Es hat auch etwas Unterextrusion, Überextrusion an manchen Stellen. Aber wir dürfen an der Stelle jetzt nicht die Druckqualität allgemein vergleichen, weil die passt durch den Drucker nicht. Wir müssen vergleichen, ob es Unterschiede zwischen beiden Banshees gibt. Und ich finde ganz ehrlich, das vom Big Tree Tech ist vielleicht ein Hauch besser geworden. Aber die haben beide gleich viel Stringing, sage ich mal. Von den Linien her, wie sie übereinander liegen, sind beide auch ähnlich. Auch wenn sie schlecht aussehen, sie sehen beide gleich schlecht aus. So viel können wir festhalten. Also drucken Raspberry Pi und Big Tree Tech Pi gleich schlecht in dem Fall. Was aber im Umkehrschluss auch gleich gut bedeutet, wenn man einen Drucker hat, der momentan keine Probleme macht. Abschließend nochmal zur CPU-Auslastung. Wie schon gesagt, ich habe aus Versehen den Raspberry Pi 4 mit dem Big Tree Tech Pi verglichen. Wir haben gesehen, die Auslastung beim Big Tree Tech Pi ist höher. Muss man nun mal so sagen, aber das ist nicht überraschend, wenn wir das mit einem Raspberry Pi 4 vergleichen. Die Ein-Platinen-Computer sind damit einfach nicht ausgelastet. Also da ist noch Spielraum nach oben. Also kann da auch kein qualitativer Unterschied eigentlich entstehen, solange die nicht ausgelastet sind. Und von daher habt ihr für den Big Tree Tech Pi meine volle Empfehlung, wenn ihr den als Alternative zum Raspberry Pi nehmen wollt, für den 3D-Druck. Werden das anspruchsvollere Projekte, da muss man doch überlegen, ob ihr da an die Grenzen der Hardware kommt oder nicht. Und ich bin natürlich auch gespannt auf eure Erfahrungen mit dem Big Tree Tech Pi. Denn vielleicht hat der ein oder andere von euch Langzeiterfahrungen mit dem Big Tree Tech Pi und kann die hier unten reinschreiben. Und auch gerne Leute, die sich da selber durchgewurschtet haben mit der Anleitung unten rein. Wie hat es geklappt? Wie seid ihr mit dem Ding zufrieden? Ich bin gespannt und freue mich auf den Austausch unten in den Kommentaren. Und dann natürlich, wenn noch Fragen sind, auch alles unten rein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst es mich mit einem Like wissen und wir sehen uns bei der nächsten Folge von ManCave Printing wieder. Bis dahin. Tschüss.